Das ist der Landstraße, der muss vielleicht eine einbreiten. So, hier ist wieder eine Hundertschaft an Polizisten. Sie wollen die Turnhalle stürmen, weil sie behaupten, hier werden die Reichsbürger. So, jetzt machen sie sich vom Acker. Ich habe keine Ahnung, was da vorne passiert ist. Es ist unfassbar, Leute. Ich habe keine Ahnung, was da vorne passiert.